Mein Name ist Ursula, ich bin Tagesmutter beim Hilfswerk in Säufern. Ich finde meinen Beruf sehr erfüllend, weil ich mit Kindern in kleinen Gruppen bei mir daheim sein kann und für sie da sein kann und mir die Zeit nicht mehr kann. Ich kann die Arbeit als Tagesmutter beim Hilfswerk einfach jedem nur empfehlen. Ich habe einfach eine Freude, dass mit Kindern arbeiten, die sind ehrlich, die sind aufgeschlossen, die lassen sich gern begeistern. Man kann sich als Tagesmutter selber einteilen, was man mit ihr macht, wie man es macht. Mir taugt es, dass die zu mir ins Haus kommen, dass wir da in einem kleinen Rahmen in einer kleinen Gruppe miteinander etwas unternehmen können, zum Beispiel spielen oder malen. Wir gehen da viel aus, das ist auch ganz wichtig. Ja, es ist einfach eine große Aufgabe, eigentlich eine verantwortungsvolle Aufgabe, die mir die Eltern gegenüber bringen. Für mich ist es eine Freude, für mich ist es eine Leidenschaft, weil ich den Unterschied mache.